Jo meine Leute herzlich willkommen zur sechzehnten Woche der NBA Season 20 21, 20, 22 Position Teil 2 von Teil 3, let's go! Heute um 1 Uhr die Torpistons schlagen die Minnesota Timberwolves 102 zu 100 Dann um 1 Uhr 30 Atlanta Hawks verlieren gegen Phoenix Suns 111 zu 113 Dann um 4 Uhr Golden State Warriors gegen Sacramento Kings 102 zu 98 für die Warriors Dann Battle of LA Los Angeles Clippers gewinnen gegen die LA Lakers Verlieren gegen die LA Lakers 111 zu 114 Dann morgen um 1 Uhr Indiana Pacers gegen Chicago Bulls das gewinnt Chicago 112 zu 121 Die Torpistons gegen Boston Celtics 98 zu 99 für Boston Charlotte Hornets unterliegen die Cleveland Cavaliers 97 zu 102 Dann um 1 Uhr 30 Toronto Raptors gegen Atlanta Hawks 183 zu 126 Atlanta um 2 Uhr 30 San Antonio Spurs gegen Houston Rockets 211 zu 98 für die Spurs San Antonio Spurs gegen Houston Rockets 211 zu 98 für die Spurs Dallas Mavericks gegen Philadelphia 76ers 211 zu 111 für die Mavericks Dann um 3 Uhr Utah Jazz unterliegen die Brooklyn Nets 111 zu 121 Dann um 3 Uhr Utah Jazz unterliegen die Brooklyn Nets 111 zu 121 Das ist 31 meine ich Dann um 4 Uhr Denver Nuggets gewinnen gegen New Orleans Pelicans 123 zu 116 Portland Trailblazers gewinnen gegen Oklahoma City Thunder 121 zu 111 Und um 23 Uhr Orlando Magic gegen Memphis Grizzlies 105 zu 102 für Magic So das war's von Woche 16 Teil 2 von Teil 3 mit dem Predictions für die Saison 20 Season 2021 2022 So lasst ein Like da lasst noch ab und da ciao! ein two und und Untertitelung des ZDF, 2020